Das letzte Mal bei Five Nights at Freddy's. Hohoho! Aaaaah! Ich leb noch! Und so geht es weiter. Die zweite Nacht haben wir gestern verkackt, aber ja, ich hab ein wenig dazugelernt. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die... Hab ich ihn gemutet? Sehr gut. Gott, was hab ich eigentlich dazugelernt? Oh, verdammt, ich hab mit, 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 mit... Ah, mit wem hab ich geredet? Mit Thumbay, genau. Der hat mir noch ein bisschen geholfen und ihr in den Kommentaren auch. Und, ähm... Warte mal. Ah, was war das nochmal? Map-Toggle. Was ist nochmal passiert, wenn... Ah, genau, genau, genau. Ich soll hier erst interagieren, wenn hier auch wirklich was kaputt geht. Das ist, ähm, klar. Das ist logisch. Und ich soll jetzt hier rumgucken und immer wieder den Sound woanders abspielen. Und wenn mich dieser dumme Junge anguckt... Warte mal. Guckt mich hier der dumme Junge an? Der guckt mich nicht an, ne? Sehr gut. Das heißt dann, ich muss... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss die Schicht auch schließen, wenn... Er hier irgendwo in der Nähe ist. Warte mal. Erstmal toggeln hier. Alles klar. Das wird schon klappen, das wird schon klappen. Ich hab meine Mütze nicht auf. Die bringt... Das bringt meistens Pech. Aber hey. Ist hier alles, äh, okay? Alles okay? Gut, gut, gut. Alles funktioniert perfekt. Ähm, den Sound müssen wir auch nur... spielen, wenn wir den anderen Typen irgendwo sehen. Warte mal. Cam 11. Irgendwas war mit Cam 11. Was ist denn mit Cam... Ja, 11. Ich... Ich hab die einfach mal verschlossen. Ich mein, wir haben ja gar kein... Was war das da? Ja. Ja, was... Mann, ich... Ich versteh's immer noch nicht so ganz. Ich klicke einfach... Ich hab keine Ahnung, ob's stimmt. Ich hoffe einfach mal. Ich find aber, die Dinger sehen ziemlich gruselig aus, ehrlich gesagt. Warte, wenn mich dieser dumme Junge anguckt, dann... Wenn mich dieser... Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Kommt da gleich etwas oder nicht, ey? Kommt da gleich etwas oder nicht, ey? Kommt da gleich etwas oder nicht, ey? Aha, aha, aha... Oh, da war was, oder? Oh, fuck, Mann. Das wird immer schlimmer. Es ist schon 2 Uhr. Komm, das kriegen wir hin. Ich weiß gar nicht, wie dieser Micha aussieht, dieser andere. Warte, ich... Nein, nein, ich weiß, es ist gestealt. Aber lass mal was anderes zielen. Vielleicht hier. Ich habe irgendwie hier ein ungutes Gefühl. So. Wir müssen den Sound spielen, nur um den ganzen Tag hin und her zu schicken oder sowas. Irgendwie sowas. Verdammt nochmal. Aber wo ist der? Ich sehe ihn gar nicht, Mann. Das ist wahrscheinlich schon hier. Nein, das ist ja nicht. Gut, 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 gut. Ich meine, letztens hat sie uns ja auch dieser dumme Junge angeguckt. Und als ich dann geschlossen habe, ähm, stand er hinter der Kamera. Hi. Hi. Oh, best du kleiner Animatronic. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Spiel den Sound, Spiel den Sound, Spiel den Sound. Video-Error. Video-Error. Hallo. Wir müssen das hier verschließen. Der ständt nämlich da drin. Wie? Oh, wir haben Video-Error. Moment. Das Kamerasystem. Richtig, das muss ich reparieren. Du Idiot. Komm schon, komm schon, schnell. Perfekt, perfekt, perfekt. Hi. Audio-Error? Warum sollte ich ein Audio... Was bringt mir das, wenn ich... Ich höre doch eh nichts. Außer... Egal, wird schon klappen. Wird schon klappen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir überstehen schon die Nacht. Ich bin wieder ein bisschen angespannt, Mann. Auch wenn es immer das Gleiche ist oder langweilig ist, ist man trotzdem angespannt. Und man weiß nie, wann der nächste Schüssel passiert. Da hätten wir wegdrücken müssen. Da hätten wir wegdrücken müssen. Ventilation-Error? Oh. Oh, scheiße. Ventilation-Error. Komm schon. Komm schon. Oh, wahrscheinlich, weil ich es zu lange zu hatte, ne? Ja. Ist logisch. Scheiße, ich muss direkt schnell wegklicken. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Direkt schnell wegklicken. Hier sehe ich nichts. Okay, wenn mich der Junge anguckt, direkt wegklicken. Direkt wegklicken. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Warum schaue ich mich genau in den Raum hier rechts neben mir direkt? Vielleicht wäre das nicht so schlau. Da war er. Da war er. Da war er. Da, 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 da. Da steht er. Er muss da jetzt rein. Er ist weg. Ich lebe. Okay. Alles läuft super. Five way einem schon. Komm schon, komm schon. Das kriegen wir hin. Wenn mich dieser dumme Junge anguckt, einfach weglocken. Steht der jetzt hier? Nein. Hi. Hi. Ich glaube, das mit den Ventilatoren kommt auch demnächst erst. Wird demnächst erst ein Problem. Oh, fuck, 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 fuck. So viel Stress. Schick ihn da hin. Jetzt geht er da so rein. Zack, zack, zack. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Oh, Mama. Was ist das? Nicht, dass der Junge plötzlich hier reinguckt. Schnell wegklicken. Hi. Alles gut? Alles gut. Komm schon, 6 a.m., bitte. Mach das jetzt. Mach, dass es jetzt 6 Uhr ist, bitte. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ja. Ah. Ah, wieder ein Minispielchen. Okay, jetzt sind wir der Hase. Alles klar, verstehe ich. Ich gehe mal nach links. Ich gehe mal nach links. Da sind ein paar kleine Burger und so was. Oder einfach nur Teller. Und eine leere Getränke. Papp, Halter, Raum. Was ist denn hier los, Mann? Was ist das? Ach, hier werden die zusammengebaut, ne? Genau, ich glaube, hier werden die einfach nur zusammengebaut. Genau. Das sieht aus, als wären es keine Mäuse, sondern einfach nur Flipflops die ganze Zeit über den Boden rutschen. Follow me. Okay, ich folge dir. Erschreckst du mich dann wieder so ein bisschen? Komm schon, gib es mir ordentlich. Komm schon. Ich will für einen Moment mein Herz nicht hören. Oder spüren. Komm schon. Monsterchen. Na, was passiert gleich? Ich bin sehr gespannt. Au, da ist der alte Teddy. Ah. Jetzt dürfen wir da hoch. Error. Schon wieder? Das nächste Mal folgen wir ihm einfach nicht. Wie wär's damit? Ah, jetzt müssen wir dem zuhören. Okay, ja, ja, rede. Ja, rede. Hallo, hallo, hallo. Für heute's lesson we will be continuing our training on proper suit handling techniques. When using an animatronic essence soon, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the soon. Was redet er? Juhu. Ich hab schon nicht mehr zugehört. Was? Was? Mein Arm juckt. Das ist genauso interessant wie das, was du da redest. Ja? Videoerror. Ah, was ist das? Was hab ich getan? Was hab ich getan? Komm schon, komm schon, komm schon. Ventilation Error. Wieso kam er da rein? Was hab ich getan? Aber ich hab einen Fehler gemacht. Wie er da einfach angetanzt kam. Wie schaff ich das denn jetzt? Es operiert alles klar, ist klar. Dann lass mal hier. Haha. Einfach die ganze Zeit Audio spielen. Einfach die ganze Zeit Audio spielen. Wenn ich jetzt irgendwie ein komisches Kindergesicht sehe, schnell wegklicken. Schnell wegklicken. Ah, ah. Was war das? Was war das? Ah, ich will's nicht angucken. Was ist das? Audioerror. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich schließe das jetzt einfach mal ganz kurz. Ich verprügel dich. Verdammt noch mal. Game. Oh. Was hab ich falsch gemacht? Ich kam irgendwie die ganze Zeit rein. Ich muss irgendetwas verschließen. Ah, verdammt. Komm, versuchen wir noch einmal. Nach drei. Was hab ich diesmal falsch gemacht? Was hab ich diesmal falsch gemacht? Ähm. Den Call auf jeden Fall muten. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaub, wir müssen... Die kamen die ganze Zeit irgendwie reingetanzt. Ich glaub, das müssen wir verschließen. Ja, das verschließe ich. So, da kommt jetzt nie wieder rein, meine Süßen. Nie wieder. Jetzt müssen wir den ein bisschen rumscheuchen. Da, 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 di, 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 da, 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 da. Einfach nur hier rauf gucken. Alles wird super. Kommt ein Monster rein. Sind wir schnell weg. Hinterlassen nichts außer Dreck. Da, 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 da. Keiner, der rumtanzt. Map Togo. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir schicken ihn mal hier hin. Keine Ahnung wieso. Da ist Exit. Okay, 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 okay. Wir schicken ihn jetzt mal hier hin. Ja, da! Alles gut. Beruhig dich, Mann. Beruhig dich, beruhig dich. Ich muss schneller wegklicken. Schneller wegklicken. Video-Error. Schnell, 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 schnell. Zack, Video-Error. Bam! Reparieren, reparieren, reparieren. Erst ein Uhr, bitte. Komm schon, mach mal zwei draus. Drei vielleicht. Zack. Und rüber, 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 rüber. Zack, weiter gucken. Ventilation-Error. Ventilation-Error ist nicht gut. Reboot all. Wir machen einfach Reboot all. Dann sind alle vielleicht repariert. Direkt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mach! Hinne! Da ist er, da ist er, da ist er. Hm, schnell, Ton, 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 Ton. Hallo. 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 Jetzt hat er rübergegangen. Sehr gut. Ah, das ist nicht so gut. Mir gefällt dieses Bild dann nicht. Hallo. Jetzt haben wir dahin gescheucht. Sehr gut. Ich glaube, ich hoffe, die Ventilatoren sind noch alle, äh, okay. Ist das irgendwo drin? Der eine Typ? Nein? Ich bin voll angespannt, Mann, gerade. Herr Stratz, wenn man selber spielt, ist es trotzdem, man ist voll angespannt, Mann. Hallo. Ah, Audio-Error, weil wir es zu oft eingesetzt haben, ne? Sicherlich. Komm, zack, schnell, und reparieren, reparieren, reparieren. Drei Uhr, das gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr gut. Exit. Okay. Nein, was ist das da links? Das sah aus, als würde es mich anspringen. Nein, da war einer, da war einer. Video-Error. Scheiße. Und Kamerasystem, komm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Mann. Yes. Ich muss das hier zumachen. Ich glaube, ich muss das hier zumachen. Okay, es kam nichts, es kam nichts, es kam nichts. Äh, Map-Toggle. Und Audio-Hinspielen. Einfach mal da hinlocken oder so. Oh, bitte, lass mich in Ruhe. Vier Uhr schon. Ey, das war anscheinend ein netter Typ, ne? Anscheinend war das ein netter Typ. Oh, warte mal. Map-Toggle. Hier, das hier will ich zumachen. Nein, 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 eigentlich das da. Doch, das war richtig. Nö! Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir haben schon geholfen. Bitte helft mir. Wie kann ich die wegscheuchen? Warum kommen die ganze Zeit rein? Wie soll ich vor meinem Fenster tanzen? Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht kommt erst übermorgen eine Folge, bis ich irgendwie schaffe. Ich möchte euch ja was zeigen, ne? Ich möchte ja zeigen, was passiert, wenn man es schafft und nicht, wenn man dauernd versagt. Also, bis übermorgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.